Ich kann dir eine Sache zeigen. Es ist sehr lustig. Was war dein Name? Peter? David. Ah, das ist David. Und wir werden bald nach Kambodscha zusammenreisen. Wahrscheinlich. In ein paar Tagen. Er ist ein Fotograf und dokumentiert das richtige Leben. Prostituierte und jetzt kranke Kinder und Krokodiljagd und lauter so Zeugen. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Ich bin so famous in Malaysia. Ich bin so famous in China Press. In Malaysia. Das ist mir. Und das ist mein Freund. Und da sind alle meine Bilder auf der Frontpage auf China Press. Was ist das? Über deine Dokumentation? Ja. Ja, vielleicht werden wir noch grüßt damit. Das wird lustig. Das hat mich auf der Motorbike. Ich ging überall, was ich wollte. 1 Uhr. Ich war in den Hospital. Ich musste die schlafen. Das hat nicht funktioniert. Aber es ist wirklich klar. In China. So, liebe Grüße nach Deutschland. Wir brauchen ja. Bis bald. Bis bald. Sind? Ich bin fast. Ich bin fast. Vielen Dank.